Hallo meine Lieben, willkommen zu einem weiteren Livestream aus den Hofer Studios. Ihr kennt das Prozedere wahrscheinlich schon. Wir streamen so ziemlich jeden Freitag, manchmal zusätzlich noch am Donnerstag aus den Hofer Studios, aus diesem Raum. Ja, und es geht um verschiedene Workshops zu allen Themen rund um die Musikproduktion und Tontechnik, typisch für das Hofer College eben. Und wie meistens machen wir heute die erste Stunde wieder offen auf YouTube für jedermann, jeder Frau, jeder Kind, jeder, der zugucken möchte. Und danach gibt es eine Pause, also um 16 Uhr, 15 bis 16 Uhr sind wir offen auf YouTube. Und dann gibt es eine halbe Stunde Pause, in der wir alle ein Käffchen trinken können oder eine Zigarette rauchen. Und um 16.30 Uhr geht es dann für alle Hofer College Teilnehmer auf dem Online Campus weiter. Genau, das ist so ein bisschen zum Ablauf. Das Thema heute ist, wie ihr wahrscheinlich auch den Betreff dieses Streams entnehmen konntet, Studio One für Einsteiger. Studio One ist eine DAW, eine Digital Audio Workstation, wie euch sicherlich bekannt ist. Und zwar wird die vertrieben von Presonus unter dem Markennamen Presonus. Presonus Studio One ist eine stereobasierte Digital Audio Workstation, die vor allem sich an den modernen digitalen Workflow orientiert und dort ganz gut geplaced ist, wie ich finde. Genau, das soll natürlich nicht nur um Einsteiger gehen, ich möchte auch ein bisschen die Umsteiger abholen. Ich persönlich bin ein Mensch, ja, vielleicht erwähne ich das ganz kurz. Ich bin Audio Engineer, ich leite hier die Hofer Studios und bin Audio Engineer im Recording, Mixing und Mastering Bereich. Also relativ breit aufgestellt, wechsle auch berufsbedingt ziemlich häufig die Location, also mal in dem einen Studio, mal in dem anderen, mal on the road, mal zu Hause und habe ein relativ breit gestecktes Tätigkeitsfeld. Und damit zusammenhängend wechsle ich auch relativ häufig für bestimmte Tätigkeiten die DAW tatsächlich. Das gilt ja nicht unbedingt für alle oder für die meisten, aber ich habe daher so ein bisschen den Vorsprung manchen anderen gegenüber. Daher, dass ich öfter die DAW wechsle, habe ich ganz guten Vergleich. Natürlich alles subjektiv, aber was für welche Tätigkeit, welche Software irgendwie besonders gut geeignet erscheint und das ist bei mir auch der Hauptgrund, warum ich immer hin und her wechsle. Ich möchte daher ganz kurz mit einem Überblick starten, wo aus meiner subjektiven Sicht einfach mal kurz erläutern, für wen Studio One, für welche Verwendungszwecke Studio One besonders gut geeignet ist. Danach auch ein bisschen über die Besonderheiten quatschen, die es von anderen DAWs unterscheidet. Da gibt es ja immer so Ups und Downs, ne? Also irgendwie, es gibt nicht die eine perfekte Software, sonst bräuchte die Welt nur eine. Das ist auch schön so, das ist genauso divers, wie die Nutzergruppen sind und das finde ich auch ganz gut so. Studio One hat definitiv Stärken, hat Schwächen, wie jede andere Software auch und die möchte ich so ein bisschen mal einordnen für diejenigen unter euch, die jetzt zum Beispiel noch überlegen, ich möchte mir eine DAW zulegen. Welche denn? Kann das hier vielleicht ein bisschen helfen? Oder vielleicht auch für diejenigen unter euch, die eine andere DAW zu Hause haben sozusagen, die sich in einer anderen DAW zu Hause fühlen und sagen, ja, aber ich bin nicht sicher, vielleicht könnte ich doch mal umsteigen oder mir zusätzlich noch Studio One oder was auch immer zulegen. Genau, daher so ein bisschen zum Eingrenzen. Aus meiner Sicht ist Studio One, ist auch eine relativ junge DAW, die auch jetzt bereits in der fünften Variante auf dem Markt ist. 5.2 habe ich hier glaube ich installiert und es ging also relativ fix, dass innerhalb von relativ wenig Jahren da gleich die fünfte Version geballert wurde. Studio One hat für diejenigen unter euch, die das schon kennen, relativ starke Verwandtschaft in den Bedienelementen zu Cubase von Steinberg. Das ist nicht ganz zufällig, da gibt es auch gewisse personelle Zusammenhänge, muss man gar nicht darauf eingehen, aber das macht vor allem für Leute, die jetzt zum Beispiel schon Cubase von Steinberg kennen, macht den Einstieg oder Umstieg besonders einfach, wie ich finde. Hat sich aber auch einige Sachen abgeguckt von zum Beispiel Pro Tools oder so Sachen, die dort einfach gut funktionieren und die so ein bisschen auf einem tendenziell moderneren Touch integriert. Ja, diese Jugendlichkeit, also ein relativ junges Software zu sein, hat tendenziell Vorteile. Also man muss natürlich einiges an Erfahrung erstmal sammeln, da soweit ist Studio One aber definitiv schon, man kann es professionell einsetzen, das auf jeden Fall. Man kann vor allem auch auf die Erfahrungen der anderen Konkurrenten auf dem Markt so zurückgreifen und hat dann einige dieser, ich nenne es mal Kinderkrankheiten von Softwares, nicht so sehr, die man dann mit sich durchschleift. Studio One hat sich also viele coole Sachen abgeguckt, auch viele Kreativfeatures, die ich ganz toll implementiert finde. Die sind auch auf viele eigene Ideen gekommen, die es so meines Wissens noch nicht in dieser Form gab. Waren auch recht federführend. Also Presonus hat da zusammen mit Salomony, das ist die deutsche Firma, die Melodyne macht, zusammengetan, um, ich hoffe ich erzähle da nichts Falsches, aber soweit ich weiß, waren diese zwei Firmen da maßgeblich beteiligt, diesen ARA-Standard zu entwickeln, der einen zeitflexiblen Zugriff ermöglicht. Also ich zeige euch das nachher, keine Sorge, wer jetzt nicht mitkommt, aber das sind so zum Beispiel so ein paar Neuerungen, die Studio One da mit auf den Plan gebracht hat. Es gibt Einschränkungen meiner Meinung nach, Studio One kann nur Stereo. Wer jetzt also oft mit Surround-Mixes und Code zu tun hat, das geht natürlich immer irgendwie über ein Bus-Routing und so weiter, es gibt immer einen Weg außenrum, aber so richtig Spaß wird das dann nicht machen. Studio One ist dafür aber sehr gut geeignet für alle Leute, die Musik produzieren primär oder auch ein bisschen so Sounddesign und solche Sachen machen, solange Mono und Stereo ausreicht. Hat diesbezüglich einen sehr intuitiven Workflow. Wer mal überhaupt mit einer DAW gearbeitet hat, findet sich meistens sehr schnell zurecht. Es gibt fast nie einen Grund, irgendwie das Handbuch zu öffnen oder so, mag ich mal so behaupten. Genau. Vor allem sind die Features cool, die da so auf kreativer Ebene eingebaut sind. Wer also sich überlegt so, hm, ja, ich möchte irgendwie ein lineares System haben, auf dem ich computerbasiert und auch irgendwie in einer One-Window-Solution, so auf einem kleinen Laptop oder so, irgendwie ziemlich unkompliziert mit kurzen Mausbewegungen Musik basteln kann und kreativ werden kann, dann ist Studio One garantiert dafür eine gute Wahl. Genau. Ja, damit habe ich eigentlich schon abgegrenzt, für wen eher nicht. Studio One setzt sich zwar nach und nach durch in den auch größeren Studios so, aber wer jetzt zum Beispiel auf dem Plan hat, irgendwie, ja, in großen Ensembles, also personellen Ensembles, wie zum Beispiel im professionellen Filmton für Hollywood und Co. zu arbeiten, der kann da ruhig mit Studio One arbeiten, wird aber schnell merken, hm, alle anderen sind auf Pro Tools und erwarten von mir, dass ich den Pro Tools Sessions schicke, da wird es einem so ein bisschen schwierig. Ähm, dann, äh, und wie gesagt, alles, was so mit Multikanalton zu tun hat und so. Es geht immer, es gibt immer einen Weg, versteht mich nicht falsch, aber so richtig spaßig ist es natürlich nicht, wenn das nicht implementiert ist. Genau. Ja. Äh, die Besonderheiten von Studio One, ich zeige dafür vielleicht ganz kurz mal hier diese Startpage, wir werden die uns nachher nochmal genauer angucken, aber, ähm, da erkennt man eigentlich, das ist der Hub, glaube ich, nennt man das dann, ne? Ähm, also das ist das Fenster, was aufgeht, wenn ich Studio One 5 in dem Fall starte und, äh, hier merkt man gleich mal schon so eine Besonderheit, auf die ich zum Anfang kurz eingehen will. Äh, ich hoffe, dass der Workshop, die Workshop-Zeit mir heute reicht, da auf alle mal kurz einzeln einzugehen. Ähm, es gibt im Grunde drei verschiedene Formen von Projektdateien und das ist ziemlich ungewöhnlich, deswegen ist das definitiv eine Besonderheit, die man nennen muss. Es gibt, äh, Song, also eine Song-Datei, Songs nennen die das, das ist im Grunde das, was man erwarten würde von einer DAW, ne? Das, ich kann das ganz kurz zeigen. Ja. Mischen, schneiden, Recording, solche Geschichten. Song wäre also so das, was man, äh, normalerweise in jeder DAW als Projektform so kennt. Dann gibt es aber auch etwas davon abgegrenzt, das nennt sich Projekt. Ein Projekt ist, ich geh da mal ganz kurz drauf, mach mal, hier, das sieht so aus und das ist ne Mastering-Oberfläche. Studio One, ihr habt richtig gehört, hat also eine dedizierte Mastering-Oberfläche schon integriert. Die kann man benutzen, muss man nicht benutzen. Man kann natürlich auch im Song-Projekt mastern, wenn es um einen eigenen Song geht. Hier sind aber so Funktionen wie DDP-Export und sowas und, äh, die Eintragen der Metadaten und was man nicht so alles benötigt für einen Mastering-Prozess, sind hier direkt mit inkludiert. Eine Besonderheit, die meisten DAWs haben das nicht oder, ich glaube, keine andere DAW hat das. Man braucht also normalerweise immer dann zwei DAWs, eine fürs Mischen und Produzieren und eine fürs Mastern. Das kann man sich bei Studio One sparen. Dann gibt es, äh, ziemlich neu, ich glaube, das ist jetzt erst in der Version 5 dazugekommen, etwas, das nennt sich, äh, Show. Benutze ich ehrlich gesagt selber nie. Ich will trotzdem ganz kurz das, äh, erläutern, wofür es da ist. Wie schon der Name sagt, es, äh, es bietet, äh, es bietet sich vor allem für Proben und natürlich Live-Musiker an, ja. Also man kann damit so seine, seine Proben und, äh, ja, Übungsphasen irgendwie so zurechtlegen, aber vor allem eben auch, hier gibt es einen Perform-Knopf, ne, man kann damit seine Live-Shows anlegen. Die Idee dahinter ist so ein bisschen, um es kurz zu machen, später gehen wir gerne in Details, um es kurz zu machen, ähm, ist die Idee, wenn ich zum Beispiel eine Mixing-Session habe, dann kann ich dann einfach sagen, hm, schalte ich alle meine Vocals aus, dann habe ich ein, äh, Playback oder ein Halb-Playback und kann vielleicht zusätzlich dann noch die E-Gitarre, die ich dann live spielen will, irgendwie nochmal ausschalten oder wie auch immer und, äh, portiere das direkt innerhalb von Studio One in eine Show und kann dann dort sogar, ich hoffe, die Zeit reicht, dass ich euch das nachher ganz kurz zeigen kann, ähm, wechselnde Sounds anlegen, sodass automatisch von dem einen Song zum nächsten komplett meine Effekte sich wechseln und ich meine, ja, meine Effekte und meine Effektketten, wie ich sie auf der Platte released habe oder auf Spotify released habe, ähm, dass ich die praktisch live auch am Start habe. Das ist die Idee davon, genau. Wir werden uns die meiste Zeit auf jeden Fall in diesem, äh, Song-Fenster bewegen, das ist nämlich das, äh, ja, das Typische, was man so braucht zum Aufnehmen, zum Mischen, zum Schneiden und so weiter. Ich merke schon, da kommen ein paar Fragen rein, also erstmal Moin in die Runde, schön, dass ihr alle am Start seid, ähm, ich werde hier gleich mal, ja, Studio One ist Jakis Meinung nach einer der coolsten DAWs, äh, Studio One Artist als DAW für Einsteiger, fragt der Mariusch, ja, äh, genau, ist definitiv eine gute Idee, ich gehe jetzt auch gleich als nächstes Mal in den Vergleich der Versionen rein, können wir das nochmal beleuchten, ähm, Kaizen fragt, wenn du zwischen den DAWs wechselst, für welche Arbeitsschritte nutzt du Studio One? Also, wann nutze ich Studio One? Ähm, ich benutze das ehrlich gesagt, äh, zur Zeit gar nicht allzu viel, das liegt ganz einfach daran, dass ich eben viel so im Recording-Sektor und mit externen Produzenten und so weiter arbeite, ähm, äh, das, ja, und da will ich einfach komplett kompatibel sein und das ist für mich, das hat nichts mit Studio One zu tun, versteht mich nicht falsch, der Punkt ist ganz einfach nur der, wenn meine Kollaborateure nicht in Studio One arbeiten, dann wird es für mich schlecht, das zu übergeben, das heißt, ich bin da primär in den, äh, in den platzischen Cubase und, äh, Pro Tools unterwegs, Cubase und Pro Tools benutze ich eigentlich ein bisschen mehr, Studio One benutze ich persönlich aber ganz gerne, um gerade so die kreativen Writing-Sessions zu machen, also wenn man so ein bisschen so, ja, kreativere, computerbasierte Popmusik oder elektronische Musik oder was auch immer oder Rockmusik irgendwie im Computer machen will, finde ich das einen sehr guten Grundsatz, genau, ähm, weil man einfach da viele so kreative Effekte, ich zeige euch nachher so ein paar Specials, die ich da echt gut umgesetzt finde und wo ich in anderen DAWs einfach mehr Klicks brauche. Ähm, hallo an Christoph, ich kann allen die Fernkurse nur empfehlen, bin fast fertig, ja, ja, genau, also vielen Dank, äh, Pro Mixing, freut mich, dass dir die Fernkurse gefallen und du sie weiterempfehlen kannst. Ähm, gibt es Unterschiede zwischen Mac und Windows bei Studio One? Fragt unerhört, ähm, nö, nicht wirklich. Also, klar, die Tastenbelegung ist hier und da mal ein bisschen anders, das ist ja eigentlich immer so bei Mac und Windows, aber mir wäre jetzt keine direkte Funktionalitätsunterschiede, wäre mir jetzt nicht bekannt. Ähm, Marius fragt noch was, wann merkt man, es wäre sinnvoll, auf die Vollversion umzusteigen? Ich nutze gerade Logic X, aber ich habe starke Probleme mit Latenz, Studio One als Alternative für Vocals Live-Instrumentenaufnahme. Hm, die Latenz, die du erfährst, die hat ja nicht nur mit der DAW zu tun, also, ähm, ich glaube, die Latenz alleine wäre jetzt kein Grund, die DAW zu wechseln. Also, es kann sein, dass du da durchaus, also auch wegen der Implementierung und wie die Audio-Pfade gelegt werden, da, ähm, Vor- oder Nachteile mal spürst. Das will ich nicht sagen, also ein bisschen unterschiedlich sind die da schon, aber, ähm, das Wichtigste ist natürlich einfach, die Buffersize ordentlich einzustellen. Kann ich euch auch gleich zeigen. Wie versprochen, äh, aber erstmal ein Vergleich der Versionen von Studio One, das ist nämlich auch was, ich hab das, äh, ich mach, äh, hier hin und wieder Einsteiger-Workshops zu verschiedenen DAWs und ich hab gemerkt, so oft ist den Leuten gerade gar nicht so ganz klar, was gibt es für Versionen, ist ja auch bei jeder Software anders und ich find's ehrlich gesagt auch verwirrend und ich kann's mir nie merken. Deswegen eine ganz kurze Übersicht, ähm, was da Presonus für Studio One eben für Optionen bietet. Es gibt ganz, äh, ich hab hier jetzt einfach das runter, das originale Dokument runtergeladen. Ich würde euch grundsätzlich immer raten, bevor ihr euch eine Software kauft, gerade so im Mediensektor, da gibt's meistens eben mehrere Versionen, ne, ne, eine kleinere, eine größere, vielleicht sogar eine kostenlose, ähm, und man ist sich da nicht sicher, hm, welche brauche ich, muss es Professional sein, whatever. Googelt einfach, ähm, Software eurer Wahl, Comparison Chart oder Compare oder Comparison oder sowas und dann kommt meistens irgendwie über Google dann so ne, so ne Tabelle raus, wo ihr dann auf einen Blick vergleichen könnt, welche Features sind in welcher Version drin. Ich will da jetzt gar nicht durch, darauf kommt's nicht an, aber das hilft auf jeden Fall. Ich hab die hier jetzt auch auf der Presonus-Website gefunden. Ja, es gibt grundsätzlich drei Versionen von Studio One. Ähm, Prime, äh, das hieß früher noch anders, mir fällt grad der Name nicht ein, Prime, ein bisschen komischen Namen, ehrlich gesagt, klingt nämlich, als wär's was krass Großes, Besonderes. Prime bedeutet eigentlich, äh, für Umme, Prime ist die kostenlose Version. Die kleinste Version, äh, relativ stark eingeschränkt, reicht, äh, zumindest zum Schnuppern auf jeden Fall, um einen kleinen Mitschnitt zu machen, um mal auszutesten, ist der Workflow, was für mich macht mir das Spaß. Wenn nicht, brauche ich gar nicht erst drauf, auf den Zug aufzusteigen. Äh, ist ja auch sehr subjektiv, welche DAW man, äh, möchte und, ja, ja, welche Tätigkeit man da drin so macht. Artist ist dann die kleine Version, die kostet ein bisschen was, ich glaube, das sind so um die 100 Euro. Ähm, dann habt ihr die Artist, äh, Version, die ist schon ein bisschen eingeschränkter. Ich scroll hier jetzt einfach mal durch, ohne auf die Punkte einzugehen, so viel Zeit wollen wir uns dafür gar nicht nehmen. Aber man sieht hier, hm, okay, die Basisfunktion, die decken sich schon mal. Es gibt aber so ein paar Unterschiede und hier unten, ähm, dünnt sich das dann langsam aus und es gibt durchaus Sachen, die dann nur in der Professional-Variante drin sind. Das hier unten zum Beispiel sind alles Plugins, ne? Da kann man dann auch für sich entscheiden, hm, brauche ich ein Autofilter-Plugin oder nicht? Also deswegen jetzt auf Professional upzugraden oder gibt's da nicht auch irgendwie ein Drittanbieter VST, was ich da laden kann oder so? Genau. Ja, äh, das würde ich euch also einfach mal raten. Ihr müsst jetzt da, ähm, ja, ich will da gar nicht auf die Details eingehen, das frisst uns zu viel Zeit und wird auch langweilig für uns alle, aber diese drei Versionen gibt's. Ähm, Prime ist kostenlos, Artist kostet um die 100 Euro, wenn ich mich nicht irre und Professional dürfte um die 400 Euro liegen, so ganz grob mal als Orientierung. Natürlich gibt's wie bei den meisten Software-Herstellern auch, äh, Edu-Rabatte, wer jetzt also zum Beispiel einen Hofer College-Kurs macht, ähm, der wird, äh, ziemlich sicher dann auch mit seiner, mit seinem, äh, College-Nachweis für den Kurs dann, äh, auch die, den Edu-Rabatt bekommen und dann, lasst mich lügen, irgendwie 100 Euro oder mehr Rabatt bekommen dann auf die, auf die Version. Genau. Zusätzlich gibt es wie bei vielen, äh, Medien-Software-Anbietern heutzutage, äh, so eine Art Abo-Modell. Das Ganze nennt sich bei, äh, Presonus, äh, nennt sich das, äh, Presonus Sphere, also so eine Art Kugel, ne, auf Englisch. Ähm, das wird, monatlich sind es so um die 15 Euro, mal ganz grob, und, äh, circa 150, 160 Euro, glaube ich, im Jahr. Ähm, da ist, äh, Studio One, äh, äh, also da ist, glaube ich, sogar alle Software von Presonus mit drinnen. Natürlich nur für diesen Zeitraum. Das heißt, wenn ihr jetzt wisst, ich brauche unbedingt Studio One Professional, aber nur für ein Jahr, ja, dann, pff, dann macht's auf jeden Fall Sinn, äh, sich einfach für ein Jahr Sphere zu holen. Dann habt ihr dann einfach nur für dieses Jahr und hinterher geht die Lizenz wieder zu. Ihr habt dann auch den Vorteil, ich persönlich benutze das jetzt nicht so viel, aber es ist wirklich Geschmackssache, äh, äh, ihr habt nämlich in Presonus 4 auch Zugriff zu verschiedenen, natürlich Tutorials und zusätzlichen Inhalten. Also da gibt's ganz viele Produkte, so, wenn ihr zum Beispiel, ähm, gerne, äh, regelmäßig versorgt werdet von Presonus mit, äh, neuen Drumcates, neuen Presets für die internen Synthesizer und so weiter und so fort. Da ist auch Notion mit drin, wenn ich mich nicht irre, das ist deren Notationssoftware. Also, ähm, genau, das nur so gibt's auch als Option, ne monatliche Variante. Cool, hier kommen schon wieder, äh, Fragen im Chat, da geh ich ganz kurz drüber, bevor wir uns hier eine Session aufmachen. Ähm, Simon sagt, danke für deine Unterstützung. Wir hatten uns ja bereits über Studio One ausgetauscht. Ich hab tatsächlich den Umstieg erfolgreich geschafft. Freut mich. In Verbindung mit dem Fader-Port ist Studio One sehr empfehlenswert. Da kommt Artist gratis übrigens dazu. Äh, guter Punkt, Simon, ähm, das hätte ich fast vergessen zu erwähnen. Presonus hat auch einiges an Hardware so im, äh, im Programm. Ähm, äh, das sind zum Beispiel Interfaces in unterschiedlichen Größen. Ne, Quantum heißt, glaube ich, das. Ist auch wurscht. Ich benutze, äh, es persönlich nicht, aber, ähm, da ist dann meistens natürlich naheliegenderweise dann auch eine kleine Version von, äh, Studio One dann mit dabei. Äh, es gibt eben auch den Fader-Port, zum Beispiel ist auch direkt eine Control-Oberfläche für, direkt von Presonus für diese Software. Das gibt's also. Und hätte ich fast vergessen zu erwähnen. Gut, dann wollen wir doch mal direkt in die Software rein. Wir haben nämlich schon eine gute Viertelstunde verloren. Ja, das Startfenster. Wie gesagt, es gibt drei verschiedene, äh, Möglichkeiten und, äh, wir fangen hier mit einem neuen Song an. Ähm, ich möchte euch hier so ein bisschen an, anhand einer Mixing-Session einfach mal so ein bisschen zeigen, wie das Ganze ablaufen kann. Ähm, ich selbst arbeite seit vielen, vielen Jahren mit, äh, DAWs. Das heißt, falls ich irgendwo so ein, base, irgendwie eine Basic-Sache vergesse zu erwähnen, weil es für mich selbstverständlich ist, nehmt's mir nach und schreibt's einfach in den Chat. Und ich geh natürlich gerne drauf ein. Ich, ähm, manchmal vergesse ich Basics, weil sie für mich so in Fleisch und Blut stecken. Ja, äh, genau. Ich mach einen neuen Song. Ich hab hier selbst, äh, links gibt's auch so Art-Presets, ne, wo dann einfach, äh, schon direkt von, äh, Studio One mitkommen. Ich kann auch, ähm, ja, verschiedene Interface-Presets laden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eins davon benutze, ähm, kann, sind dann schon direkt Eingänge und Ausgänge angelegt. Ich kann aber auch selbst, ähm, Presets anlegen, wenn ich irgendwie ein bestimmtes Setup regelmäßig benutze. Normalerweise mach ich einen leeren Song auf, genau wähle, geb dem ganzen Namen, das ist relativ naheliegend, glaub ich, und geb dem ganzen einen Ort, wo er es ablegen kann, ne. Und, äh, hier kann ich auch direkt festlegen, ähm, welche Sample Rate und welche, ähm, Bit-Auflösung, Bit-Tiefe das Ganze haben soll, macht natürlich Sinn. Song-Länge, ob ich das Zeitformat in takten, Sekunden, Frames anlegen möchte, kommt ja immer darauf an. Frames zum Beispiel, es macht Sinn, wenn ich für Film arbeite. Sekunden, wenn ich zum Beispiel ein Hörbuch mache oder sowas. Und Takte, wenn ich es mit Musik zu tun habe. Ähm, genau. Das ist allerdings alles später noch variabel. Das geht nicht bei allen DAWs, aber bei Studio One geht das oder bei den meisten moderneren DAWs geht das. Ich kann das, also es ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt hier mich dann später umentscheide. Genau. Eine Tonart kann ich angeben, brauche ich meistens nicht. Ähm, was ich euch raten würde, äh, Audio-Dateien dem Song-Tempo anpassen. Da habe ich persönlich nie einen Haken drin. Äh, und wenn dann aus Versehen, äh, das ist eine Funktion, die, äh, da ich viel mit Mixing und so zu tun habe, die euch komplett die Mixes zerschießen kann. Und ich habe das auch oft festgestellt, dass das Anfänger in den verschiedensten DAWs, auch sehr beliebt in Ableton zum Beispiel diesen Fehler, als Anfänger zu machen, wenn man da drin mischt. Ähm, naja, wenn in einer Datei ein Song-Tempo hinterlegt ist und ihr ladet das in eine Session, die dann ein anderes Song-Tempo hat, dann werden die Dateien entsprechend gestretched oder gestaucht. Das kann total Sinn ergeben, wenn ihr mit, äh, wenn ihr mit Loops und sowas arbeitet und da einfach schnell irgendwie eine Pre-Production oder sowas hinbasteln wollt, dann ist das natürlich angenehm, aber wenn ihr mischen wollt, dann ist das, ähm, der Teufel in Person. Das ist wirklich gefährlich, weil, äh, euer Kunde oder, äh, auch eure, eure Band oder was auch immer, die werden euch, ähm, den Vogel zeigen, wenn ihr den irgendwie als Mixing-Engineer, habt ihr einen tollen Mix gemacht, der kann fantastisch sein, aber wenn die Leute was zurückbekommen, wo das Tempo nicht mehr stimmt oder wo nichts mehr in Sync ist, kommt nicht so gut an, glaube ich. Deswegen achtet darauf, ähm, dass direkt, äh, wenn ihr zum Beispiel jetzt mischen wollt und ich mach's jetzt mal für den Mixing-Fall, dann das nicht so machen. Überlappungen wiedergeben, ja, nee, brauch ich nicht. Da geht's darum, wenn sich zwei Dateien überlappen. Okay, da ist unsere Session. Komplett blanko, komplett leer. Ähm, und, äh, ja, als nächstes, bevor wir jetzt vielleicht loslegen, ähm, hier Session, also mal Spuren reinzuladen, um mal so ein bisschen so Workflows kennenzulernen, würde ich euch mal, das ist immer ganz wichtig, wenn man eine DAW zum ersten Mal öffnet oder auf dem Computer um, um zieht oder so, äh, die Optionen zu öffnen und die Audio-Einstellungen zu treffen. Ihr könnt die Optionen in Studio One öffnen mit Command oder Steuerung, je nachdem, auf Windows oder Mac und Komma. Dasselbe übrigens wie bei Cubase. Viele Shortcuts sind ganz ähnlich wie bei Cubase. Das hilft dem Cubase-User manchmal. Ja, und es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Einstellungen, so wie bei den meisten DAW, ebenfalls. Es gibt die Projekteinstellungen, äh, also die, äh, Programmeinstellungen, entschuldigt, die heißen ja einfach nur Einstellungen. Ähm, da kann ich so verschiedene Sachen, äh, einstellen, ne, zum Beispiel die Sprache, Erscheinungsbild, Farben und so weiter, da geht so einiges. Ähm, das, äh, nö, will ich jetzt nicht speichern, so. auch das Audio-Gerät kann ich hier einstellen. In dem Fall habe ich ein Babyface angeschlossen, cool, das, äh, ist schon richtig gewählt. Die Geräteblockgröße, da kommen wir zum Thema Latenz, äh, was hier vorhin jemand, genau, Marius, erwähnt hat, ähm, das dürfte den größten, also die, die Qualität deines, äh, Interfaces, deines Treibers, äh, des Interfaces und, ähm, deine CPU-Power wird gemeinsam mehr oder weniger, bestimmen, wie klein oder wie groß du diesen Gerät, diese Geräteblockgröße, auch genannt Buffer-Size, wählen kannst. Ähm, da gibt's eine ganz einfache Forstregel, für die, die es noch nicht kennen, eine kleinere, kleinere, äh, Blockgröße, die bedeutet geringere Latenz, das ist im Grunde nämlich ein Puffer, ne, vorne kommt Audio-Material rein, wenn ich zum Beispiel ein Mikrofon anschließe, dann, äh, sampelt der nur 16 Samples, also 16, 44.000 Zill einer Sekunde, gehen da nur rein, und, ähm, und das ist die einzige Latenz, die durch den Buffer dann entsteht, ähm, aber wenn ich dann, aber dadurch muss meine CPU ziemlich schnell rechnen, mit meinen ganzen Effekten und so weiter, und wenn ich merke, oh, es fängt an zu knacksen, und ich kriege Aussetzer ohne Ende, oder es hakt alles, dann muss ich wohl oder übel irgendwas machen, um die CPU-Power einzusparen, Plugins, äh, auf Plugins verzichten, Hintergrundsoftwares ausschalten und so weiter, oder, ähm, weniger Spuren oder so, oder ich, äh, wähle eben eine größere Blockgröße hier, eine größere Buffer-Size, ne, also so klein wie möglich, geringe Latenz, so groß wie nötig, damit es nicht knackst. So einfach ist das eigentlich, und das hat auch den, den direktesten Einfluss auf eure Latenz. Hier unten sieht man es auch, die Eingangs- und die Ausgangslatenz, jetzt in meinem spezifischen Setup, die wird dann hier gemessen, wenn ich auf 16 Samples runtergehe, ist die schon very, very decent, also damit kann man auch in dem Bereich hier, ich sag mal so, bis, bis vier, fünf Millisekunden oder so, kann man in der Regel noch problemlos irgendwie einsingen oder so. Kommt ein bisschen drauf an. Manche sind da empfindlicher als andere. Genau. Ja, und wenn ihr nur mischen wollt, ist das eigentlich egal. Dann könnt ihr auch direkt einen relativ hohen Buffer hier wählen. Genau. Hier gibt es auch einen Verarbeitungsreiter. Was hier genau unter, unter, äh, under the hood, also unter der Haube so passiert, kann ich euch gar nicht im Detail sagen. Ich bin kein Entwickler, ich bin Audio-Ingenieur, ich benutze das Zeug. Aber, ähm, es gibt hier einen Dropout-Schutz. Das heißt, äh, im Grunde, wenn ich den auf Minimal schalte, dann, ähm, dann ist die Performance relativ sauber und stabil. Aber ich hab halt das, es könnte halt sein, dass es mal irgendwo ein einzelnes Sample mal flöten geht. Wenn ich den auf Maximal stelle, dann, ähm, erhöhen sich hier, man sieht's dann auch, ne, ich glaub, dann erhöhen sich die Buffer. Und, ähm, ja, dann wird das Ganze einfach, äh, dann stellt er sicher, dass es auf gar keinen vollen Dropout gibt, auch wenn wir das zum Preis einer höheren Latenz machen. Äh, die Genauigkeit ist die interne Genauigkeit, wie die Software rechnet. Ne, auch wenn wir unsere Songs in zum Beispiel 24-Bit aufnehmen, arbeiten die Mischpulte in modernen DAWs intern normalerweise in 32-Bit, Floating-Point sogar, das wird jetzt hier geskippt, man kann aber davon ausgehen, dass hier Floating-Point gemeint ist. Ähm, das hat ein paar Vorteile, zum Beispiel de facto fast unbegrenzten Headroom. Macht euch keine Gedanken drum, lasst das auf 32-Bit, das auf doppelt zu stellen, bringt jetzt nicht nennenswerte hörbare Vorteile. Also zumindest nicht für mich. Ähm, genau. Es gibt hier noch ein cooles Feature, was die meisten DAWs nicht haben, äh, was ziemlich praktisch sein kann, wenn ihr, ähm, viel mit Software-Instrumenten einspielt und dort eben eine niedrige Latenz haben möchtet. Die niedrige Latenz für Instrumente einschalten, wie man hier sieht. Und man sieht hier unten so eine kleine Tabelle, was das für Auswirkungen hat. Ich habe hier auf der linken Seite, Standard nennt sich das, das ist im Grunde diese, äh, Roundtrip-Latency, die, die, die ich hier brauche. Also zwischen, ich spreche in mein Mikrofon, das geht dann rein durch den Preamp, durch das, durch das Interface in die Software und dann den ganzen Weg wieder raus auf mein Kopfhörer. Und, ähm, ja, das ist praktisch diese, diese Standard-Latenz, die ich dann da durch diesen gesamten Weg mit Software und so weiter habe. Ähm, und dann gibt's aber noch in dem Fall die Möglichkeit in Studio One so einen kleinen, einen kleineren, kleineren Extra-Weg zu verwenden, ähm, äh, wo dann praktisch das Instrument direkt an den Output geroutet wird. Das, technisches Detail, aber ihr könnt euch merken, cool, dadurch kommt's schneller am Ausgang an. Kann ich einschalten, muss ich nicht einschalten, je nachdem, ob ich's brauche. Das sind eigentlich so die wichtigen Dinge. Ich kann hier auch, äh, MIDI-Controller und so weiter anlegen, das, da muss man, glaube ich, nicht einzeln drauf eingehen. Ähm, das ist auch relativ selbsterklärend. Es gibt, äh, genau, diese Song-Einstellungen sind auf dem zweiten Reiter, kann man hier unten direkt wechseln, finde ich ganz praktisch. Ähm, das ist im Grunde genau das, ihr erinnert euch, was ich beim Anlegen der Session auch schon eingestellt habe, ne? Also die Sample-Rate, die Auflösung und so weiter. Die Frame-Rate ist auch nicht unwichtig, wenn ihr mit Video arbeitet, sollte das auf jeden Fall korrekt sein. Ähm, ja, eigentlich alles selbsterklärend, denke ich. Genau, das kann ich hier also, wie gesagt, hinterher noch ändern. Ich kann meinem Song auch hier irgendwelche Urheber-Informationen irgendwie noch beifügen und das Ganze einblenden lassen, wenn ich die Session übertrage. Ähm, und ganz wichtig, das IO, also meine Ein- und Ausgänge kann ich anlegen und das wäre auch der letzte Punkt, den ich für die, äh, ganze Audio, ja, Einstellungsgeschichte mal sicherstellen würde, dass eure Ein- und Ausgänge passen. In dem Fall will ich jetzt mal nur mischen, das heißt, ich kann die Eingänge hier eigentlich ignorieren, brauche ich nicht. Ähm, ähm, aber die Ausgänge sollten natürlich stimmen. Die stimmen in dem Fall, weil ich, äh, von meinem Interface Ausgang 1 und 2 verwende, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere, mehrere Ausgänge verwende, was weiß ich, weil ich ein analoges Mischpult angeschlossen habe oder so, kann ich hier einfach einen zweiten anschließen und der heißt dann Out 2 zum Beispiel und geht über diese zwei Interface Outputs raus. Und ich kann dann einfach hier klicken, um das in dieser Matrix zu verschieben, um zum Beispiel aus ADAT 7 und 8 mein Signal rauszuschicken. In dem Fall, wenn ihr nur einen Ausgang habt, stellt dort einfach nur sicher, dass das der ist, wo auch eure Lautsprecher dranhängen. That's it. Mehr muss man eigentlich gar nicht hier wissen. Äh, einen Vorhörenpfad kann man da noch einstellen, ne, um sicherzustellen, dass der tatsächlich auch der ist, wo ich zum Beispiel, wenn ich Solo drücke, dass es dann auch aus dem richtigen Lautsprecher rauskommt. Genau, und ich kann mir das Ganze als Standard etablieren, ja, so eine Art Preset, ne, that's it. Viel mehr ist es eigentlich nicht. Okay. Ein Blick auf den Chat, ihr seid fleißig und macht mit. Dann schauen wir mal, was da für Fragen reingekommen sind. MacGregor fragt, Stabilität von Studio One versus andere DAWs unter Mac, Langzeit und viel Rerooting. Ähm, ja, Gregor, also, es gehört tendenziell zu den stabileren Kreativ-DAWs, würde ich sagen. Es kommt in Sachen Stabilität jetzt natürlich nicht an so Live-Doors ran, wie zum Beispiel Ableton oder Reaper ist auch genial, was Stabilität angeht. Aber der Approach ist einfach ein anderer, deswegen ist das nur einer von vielen Punkten. Ich würde jetzt niemandem raten, geh zu Reaper, nur weil es nie abstürzt, weil dafür fehlen da einfach viele Kreativ-Tools beispielsweise. Also, hat alles so seinen Vor- und Nachteil. Aber Studio One ist ein bisschen stabil, in meiner persönlichen Erfahrung, muss ich dazu sagen, in meinem Setup, ne, das kann für dein Setup anders aussehen. Ähm, aber bei mir schmiert es seltener ab als Cubase oder Pro Tools. Ähm, genau, was gibt's dann noch? Yaki meint, er kann die Latenzanzeige nicht über Studio One einstellen, muss das über das Babyface-Treiber separat was freischalten. Ja, freischalten nicht direkt, aber normalerweise geht das folgendermaßen, ne, also, du gehst einfach hier rein in die Audio-Geräte-Einstellungen und dann kannst du es entweder direkt hier machen, oder, das kommt bei jedem Interface ein bisschen anders, oder du hast hier zum Beispiel einen Knopf, um direkt das Interface zu öffnen und kannst es dann in diesen Interface-Einstellungen machen, das ist dann spezifisches Steuersoftware von dem Interface. Falls du beides nicht hast und der dir nur eine graue Zahl hier anzeigt, dann musst du es halt in dem, in dem, ja, in der Steuersoftware des Interfaces machen. Geht aber immer irgendwie. So, so, so. Genau, und Marius fragt noch was, ich hätte eventuell die Frage, wie man die Plugins in Studio One aktualisiert. Wenn ich andere DAWs nutze, werden die Plugins in Studio One trotzdem geladen? Ja, selbstverständlich, also, Studio One zumindest, also die, die Free-Version ist glaube ich ohne, ohne VST-Support, aber egal. Grundsätzlich können die, kann Studio One, wie eigentlich jede DAW, auch Drittanbieter Plugins laden, in VST, VST3, ähm, ich glaube auch AU, bin ich mir gar nicht sicher, ob das AU-Format unterstützt wird, aber normalerweise hast du ja eh alles zur Verfügung und, äh, du kannst dann tatsächlich auch hier, wo war das nochmal, über Ordner und VST-Plugins, kannst du hier, ähm, angeben, welche Ordner gescannt werden sollen und die werden normalerweise beim Programmstart, äh, durchsucht. Ich hab dann hier allerdings auch eine, eine Blacklist, das sind die, wo es beim Laden mal abgestürzt ist oder wo er gemerkt hat, mh, das funktioniert nicht, also kann sein, dass du ein Plugin nicht findest, einfach weil es auf der Blacklist ist, dann kannst du es hier zurücksetzen, starte Studio One neu, das dauert dann, äh, ein, zwei Minütchen länger und dann, ähm, und dann sollten deine Plugins auch da sein, vorausgesetzt, die sind in einem dieser Ordner. So einfach ist das. Okay, weiter im Text. Wir, ähm, wollen mal ganz kurz Files importieren, nichts einfacher als das. Ähm, ja, wo ist denn hier mein, mein Ordner hin? Da ist er. Ich hab hier einfach mal so, als Beispiel, ein, drei, vier Spuren da vor, vorgelegt, von einer Praxismischung aus dem Kurs. Wir wollen uns nicht viel um den Sound kümmern. Wie ihr gesehen habt, ich mach einfach nur Drag and Drop, das ist das Einfachste der Welt, aber wie die meisten Profis wissen, ähm, heißt das dann eigentlich nicht automatisch auch, dass diese Dateien mit irgendwie in den Projektordner übernommen werden, oder so. Und, äh, das würde ich als allererstes mal sicherstellen, wenn ihr professionell arbeiten wollt, und dann macht ihr auch hin und wieder mal ein Backup von eurem Zeug, oder was auch immer, sollte man jedenfalls tun. Da, also erst mal reinziehen, und dann mal checken, äh, in Browse, öffnet sich der Browser auf der rechten Seite, da findet man auch die Instrumente, Effekte und so weiter, und eben auch den Pool. Der Pool sind einfach die Dateien, die irgendwie referenziert werden von dieser spezifischen Session, die ich hier gerade aufhabe. Und hier würde ich erst mal mit einem Rechtsklick reingehen, und die externen Dateien kopieren. Der erkennt jetzt direkt, welche Dateien habe ich noch nicht in meinem Projektordner. Soll ich die kopieren? Jo, alle. Ich kann auch vorher, wenn ich jetzt zum Beispiel hier merke, hm, da sind ein paar leere Dateien dabei, ich kann ja einfach mal ein, zwei davon löschen, zum Spaß. Mit, äh, Entfernen. Äh, scheint wohl nicht zu stimmen. Vergesst das. Aber ich kann die natürlich hier auch einfach, äh, äh, ah ja, genau sowas. Das ist nämlich der Fluch, wenn man immer DAWs wechselt. Shift T, und dann wird's, äh, wird die Spur entfernt. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, die nicht verwendeten Dateien entfernen. Aha, jetzt sind das zwei Stück, ne, weil ich hab ja jetzt nicht mehr alle Dateien drin. Das ist zum Beispiel nach einer Recording Session sinnvoll, wenn ihr irgendwo extern, äh, ja, irgendwie Vocals aufnehmt oder so, dann habt ihr ja normalerweise irgendwie noch 100 Takes, die ihr hinterher gar nicht mehr braucht, weil die wurden schon aussortiert. Und dann würde ich das machen, bevor ich jetzt diese Session mitnehme, einfach damit ich nicht allzu viel Müll mit mir rumschleppe, möchte ich die Dateien entfernen, jetzt hab ich die Möglichkeit, die entweder endgültig zu löschen, das ist gefährlich, das heißt natürlich, dass es von der Festplatte gelöscht wird. Und wenn ich da zum Beispiel ein Snare-Sample dann lösche, was in einer anderen Session benutzt wird, äh, nicht so cool. Also, ähm, achtet darauf, dass das nicht ganz ungefährlich ist, was ich hier tue. Ähm, genau. Ansonsten sie einfach aus dem Pool entfernen, zack, und dann sind die hier weg. Und jetzt sind nur noch die, die ich tatsächlich für die Session brauche, dann gehe ich auf externe Dateien kopieren, jup, der kopiert mir alle rüber in den, äh, in den Ordner, den ich für die Session angelegt habe. Und dieses kleine R hier steht für Recorded, glaube ich. Das heißt einfach, diese Session hat selbst dieses File erzeugt, in seinem eigenen Ordner. Genau. Und jetzt seid ihr damit also auf jeden Fall sicher, dass all diese Daten hier wirklich auch in dem Ordner, äh, gesichert sind. Ich merke gerade so mit einem Auge, dass hier der Mark im Chat fragt, wie erstellt man ein Backup eines Songs in Studio One? Im Grunde genau auf die Art und Weise. Weil wenn ich, äh, hier sichergestellt habe, dass alle Dateien drin sind, die ich brauche, kann ich diesen ganzen Ordner einfach meinem Kollegen schicken. Ähm, es gibt hier, glaube ich, auch, äh, in neuem Ordner speichern. Da passiert im Grunde auch genau das, ne? Und dann kann ich natürlich dann einfach diese Daten dann nochmal woanders hin, äh, woanders hinlegen, wenn ich das möchte. Dropbox oder wie auch immer. Genau. Ähm, Zoom geht mit, ähm, äh, W und E normalerweise. Genau. Und mit Shift W und E kann ich auf diese Achse zoomen. Das kriegt man schnell in die Finger. Ansonsten, äh, auch mit dem Scrollrad da oben. Ähm, das oder eben mit, äh, Command und so scrollen kann ich in diese Achse scrollen. Genau. Das nur so zur Übersicht. Ähm, ich, äh, ja, würde dann jetzt einfach mal mit diesen Werkzeugen da oben weitermachen, weil das sind so die, äh, Basis-Features, die eigentlich jede DAW mitbringt, aber gerade für Einsteiger so im, äh, DAW-Kontext vielleicht nicht vollkommen selbstverständlich. Es gibt hier links so eine Klammer. Vielleicht fange ich mit der an. Wie man hier schon sieht, wenn man da draufklickt, werden diese zwei Geräte, äh, diese zwei Auswahlwerkzeuge, diese zwei Werkzeuge, die da am Start sind, also die Bereichsauswahl und das Zeigerwerkzeug, werden kombiniert. Und man sieht das jetzt, wenn ich auf so einem Event bin, in der oberen Hälfte, wird es zu einem Bereichsauswahlwerkzeug, kann ich zum Beispiel hier in dem Bereich einfach löschen oder so. Und wenn ich in der unteren Hälfte bin, wird es automatisch zum Zeigerwerkzeug. Ich persönlich nutze das nicht, aber es ist vielleicht ganz praktisch, so ein Kombi-Werkzeug zu haben. Wenn ich, äh, hier auf den Zeiger draufdrücke, das wird durch das kleine, also dieses kleine graue Dreieck, wenn ihr das seht, an so einem Werkzeug zeigt immer, da gibt es eine Unterfunktion dafür, wenn man nochmal draufklickt. Und das ist in dem Fall, steht hier auch das Alternativwerkzeug. Das ist ganz cool, so wenn ich, äh, ein bestimmtes Werkzeug einfach für meinen, gerade momentan Workflow, für was ich immer, ich auch gerade machen will, gerade öfter benötige, zum Beispiel das Schneidenwerkzeug. Ich kann also entweder hier auf den Zeiger gehen und kann dann irgendwie eine Datei verschieben, ne, und muss dann auf das Schneidenwerkzeug gehen, um Schnitte zu setzen oder ich wähle das eben als Sekundärwerkzeug und kann dann mit Command, mit gedrückter Command-Taste wird es automatisch dann zum Schneidewerkzeug oder ich nehme eben eins der anderen Werkzeuge, die mir hier zur Verfügung stehen, als Alternativwerkzeug. Das ist ein bisschen schnellerer Workflow. Genau, die hier habe ich eigentlich schon gezeigt. Das zweite ist ein Auswahlbereich, also Bereichsauswahl nennt sich das. Ich kann da bestimmte, bestimmte Sektoren einfach wählen und dann verschieben oder eben löschen oder wie auch immer. Jetzt war ich einen Schritt zu weit. Das dritte ist, ja, ein Cuttermesser, eine Schere, call it whatever. Man kann da Mitschnitte setzen, muss man, glaube ich, nicht erklären. Dann gibt es einen Radiergummi, der löscht Dinge. Dann gibt es hier ein, ja, ein Stift-Tool und ein Stift-Tool macht ein bisschen unterschiedliche Dinge, je nachdem, es erstellt immer was. Also das kann zum Beispiel, ich greife mal ganz kurz voraus und öffne hier so eine Automationsspur, dann kann ich mit dem Stift-Tool hier so eine hübsche Automation zeichnen. Ich kann aber zum Beispiel auch, wenn ich mal ganz kurz eine Midi-Spur erstelle, so eine Instrumentenspur, genau, dann kann ich hier zum Beispiel einfach ein leeres Event erzeugen und da kann ich dann hinterher drin arbeiten. Also der Stift hat ein bisschen unterschiedliche Funktionen, einfach je nachdem, worum es gerade geht. Aber er malt immer oder erstellt was. Was ich ganz cool finde, ist, dass er eben zum Beispiel auch so Parabeln hat. Ihr habt jetzt gesehen, ich kann damit Freihand zeichnen, aber ich kann zum Beispiel auch so eine Linie ziehen, um dann so eine ganz nette Automation zu machen. Oder was ich sehr cool finde, zum Beispiel hier auch direkt so eine etwas komplexere Automation, die manchmal dann richtig in so ein Ping-Pong-Ding reingeht oder so ein Auto-Pen oder sowas in die Richtung. Das finde ich ganz cool, das beschleunigt den Workflow. Und man kann dann also immer so eine Spur hier malen und es gibt sogar ein Transformieren-Tool. Das wird dann richtig cool. Und das ist zum Beispiel was, das ist so ein Feature, was ich im Kreativsektor, in der Musikproduktion sehr, sehr gerne einsetze. Ich sag mal, also wenn ihr irgendwie so ein modernes Popzeug, Elektrozeug machen wollt oder sowas, dann ist das natürlich immer fantastisch, um irgendwie einfach verrückte Bewegungen machen zu können mit egal welchem Parameter. Ob das die Lautstärke des Panning ist, ob das irgendwie eine Verzerrung ist oder so. Also ich meine, so ein pumpender Billie Eilish Verzerrungseffekt, whatever. Also sowas kann man damit sich relativ schnell mit zwei, drei Klicks hinbasteln und sehr intuitiv bedienen. Und man hat hier wirklich sehr coole auch Verformungsfeatures. Also ich will mal in einer anderen DAW sehen, wer so schnell da irgendwie seine Automation da rumspielen kann. Also das finde ich persönlich ein ganz tolles Feature, was sich sehr gut für kreativ arbeiten eignet. Genau. Weiter im Text. Es gibt ein Stummschaltenwerkzeug, damit können einzelne Events stumm geschaltet werden. Relativ easy. Es gibt ein Bandwerkzeug, damit kann ich zum Beispiel Timingkorrekturen machen. Gehen wir doch gerade mal ein bisschen rein. Tun wir mal so, als hätte der Bass sich hier verspielt. Dann kann ich hier einen Marker setzen, kann ich hier einen Marker setzen, kann ich hier einen Marker setzen und dann diesen Punkt hier in sich verschieben. Das ist ein bisschen tricky, weil man sieht jetzt hier gar nicht so eine Linie und wenn ich jetzt raus scrolle so, hm, ja, wenn ich ganz, wenn ich ein gutes Auge habe, sag ich mal, dann sehe ich hier unten ist so ein kleines Symbol hier in der Ecke. Das steht, ich glaube, es heißt so viel wie Processing. Das bedeutet, dass diese Datei, die wird irgendwie nicht so wiedergegeben, wie sie von der Platte kommt. Aber was dann passiert, sagt mir das jetzt auch noch nicht. Also ich finde es ein bisschen unübersichtlich so und deswegen haben die hier was reingebaut. Ich kann mir diese Bandmarker natürlich auch anzeigen lassen. Also hier steppen wir mal drei Zeichen weiter. Audioband und dann dieses Auge. Aha, okay, entspannt. Jetzt sehe ich auch wirklich, wo habe ich da Marker, also Anker gesetzt und kann die dann auch greifen und bewegen und mit einer Farbe wird mir auch gezeigt, die dann sogar auch so graduell sich steigert, wird mir gezeigt, wird dieses Pfeil schneller in Originalgeschwindigkeit. Originalgeschwindigkeit ist grau praktisch. Schneller ist grün oder langsamer ist rot. Das macht auch Sinn, weil beim Timestretching klingt nämlich langsamer machen eigentlich immer schlechter und artefaktbehafteter als schneller abspielen und deswegen macht das auch Sinn, dass dann die Warnfarbe eben für das langsamer abgespielte Teil dann verwendet wird. Genau. Also habt ihr das auch schon gesehen, man kann hier sogar, wenn wir hier mal ganz kurz vorausgreifen wollen, kann ich hier dann auch mir automatisch solche Dinger zum Beispiel für irgendwelche Drumgeschichten oder so mir diese Bandmarker automatisch erkennen lassen. Ich hab jetzt hier ein bisschen unpassend den Schwellwert gewählt, aber ich kann ihn ja immer noch im Nachhinein variieren. Das ist natürlich was, was gerade für so, wenn es ganz schnell gehen soll oder so für den ersten Step beim Drumediting oder so ein ganz guter Startpunkt ist, einfach hier Bandmarker einschalten, auf die Drumspuren gehen, das Ganze jetzt hier, ja, welche D2 Erkennungsmodi funktioniert, muss man ausprobieren, kommt aufs Material an, Schwellwert einstellen und dann merke ich ja schon, ah, okay, hier werden die gut erkannt oder eben auch nicht. Ich kann dann mit dem Bandwerkzeug auch hier reingehen und mit dem Modifier, ich weiß gerade gar nicht auswendig welcher, genau, ich kann den dann auch hier die Einzelnen dann verschieben oder neu setzen oder bearbeiten, also ich muss nicht das übernehmen, was die Software da für mich erkannt hat. Ja, und dann kann ich theoretisch das hier auch direkt entweder slicen, also Schnitte setzen überall, wo jetzt ein Marker sitzt, um die dann hinterher hinschieben zu können oder eben quantisieren, dann benutzt er diese Time Stretch Funktion. Ist also im Grunde alles auf der Startoberfläche, ohne Untermenü und so weiter und das ist auch so eine typische Stärke von Studio One, gerade wenn man eben irgendwie auf nur einem relativ kleinen Bildschirm arbeiten muss oder so. Dieses One Window Ding, das ist schon ganz cool, das ist vor allem sehr Laptop-kompatibel, wie ich finde, wenn man jetzt Deluxe mit drei, vier Bildschirmen vor sich und riesengroßen Sachen ausgestattet ist, braucht man das nicht unbedingt. Man sieht aber bei ganz vielen Funktionen und Fenstern in Studio One diese Option rechts hier oben, also ich kann nicht nur aufs X drücken, X, das brauche ich nicht zu erklären, macht es zu und da gibt es einen Pfeil und dann wird das ausgekoppelt und ich habe dann tatsächlich hier ein eigenes Feld. Also ich kann das auch auskoppeln, wenn ich will, aber ich finde es ganz praktisch, dass solche Sachen hier direkt in die Oberfläche eingebettet sind. Es gibt hier auch sowas wie Stille suchen, das finde ich manchmal ganz cool, für Mischungen zum Beispiel. Ich habe jetzt hier garantiert das Timing ziemlich versaut, aber das kann man auch rückgängig machen, was soll's. Und ich zeige euch das ganz kurz. Ich gehe jetzt hier mal auf Stille suchen und auch hier kann ich eben einen Schwellwert für wann er aufmachen soll und einen Schwellwert für wann er zumachen soll erstellen. Jetzt gucken wir mal, ob ich Schwachsinn eingestellt habe. Klick mal auf Anwenden. Ja, ich habe ein bisschen Schwachsinn eingestellt, aber es zeigt ganz gut, was diese Funktion macht. Sie geht einfach durch das Audiomaterial durch und guckt, wo ist Stille? Und Stille habe ich jetzt hier definiert durch diesen Schwellwert von 20 dB. Also alles, was unterhalb von 20 beziehungsweise beim Schließen unter 17 ist, wird als Stille definiert und einfach geschnitten. Und er setzt dann also Dorton Cut. Dorton Cut sagt, okay, Stille für Stille interessieren wir uns nicht. Die Mindestlänge ist auch auf 0 Sekunden, also 0,0, sehr kurz. Und dementsprechend entstehen da viele kleine Schnipsel. Er denkt aber sogar dankenswerterweise daran, für mich so einen kleinen Sicherheitsfader einzubauen. Ich würde das jetzt in der Praxis nicht so einstellen, sondern hier vielleicht ein bisschen niedriger und dann sollten auch ein bisschen weniger von diesen Schnipseln entstehen. Ich finde, das ist eine praktische Funktion, braucht man nicht unbedingt, aber das ist vor allem praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel eine E-Gitarre aufnimmt und da hat man von dem E-Gitarrenverstärker ja meistens irgendwie so ein Noise-Floor und natürlich ist manuell immer die bessere Wahl, aber wenn es schnell gehen soll oder so als Vorarbeit, sagt man einfach, okay, komm, hier setzt man einfach dann dieses Gate im Grunde, diesen öffnen Schwellwert einfach so ein, dass das, der Noise-Floor drunter liegt und das Signal drüber liegt und dann wird automatisch schon so geschnitten, dass nur dort, wo tatsächlich die Gitarre spielt, auch was im Arrangement liegt. Aber ich mach's so auch beim Mixing ganz gerne, weil, da sprechen wir gleich noch drüber, ich ganz gerne eben Ordnerfunktionen und sowas benutze. Ach, warum nicht vorausgreifen? Ich mach mal ganz kurz hier einen Drum-Ordner. Das ist relativ simpel und idiotensicher. Ich wähle einfach mit Shift, in dem Fall hab ich das jetzt gemacht, die erste und die letzte Spur an. Jetzt sind alle meine Drum-Spuren gewählt. Hier vorne kann ich auch eine Spurfarbe gleich machen. Zack, ist das auf Rot und auf Rechtsklick in Ordnerspur zusammenfassen, klappt das zu und ich hab einen Ordner und der ist für die Drums da. Und wenn ich den jetzt eben zuklappe, um ein bisschen, wenn man jetzt irgendwie ein Orchester aufnimmt oder so, macht das nur Sinn. Da hat man dann vielleicht noch 100 andere Spuren dazu oder so, dann wird das irgendwann unübersichtlich. Und so sehe ich schon, aha, das ist der große Vorteil von dieser Stille-Suchen-Funktion. Ich sehe jetzt auch im zugeklappten Zustand sofort, hier vorne sind gar keine Drums. Die fangen erst hier an. Ich muss nicht lange suchen. Es hilft mir unglaublich bei der Übersicht. Es gibt hier noch ein Tool, was ich geskippt habe. Das ist ein Vorhören-Werkzeug. Hier kann ich also direkt in eine bestimmte Datei einfach mal kurz reinhören. Das ist manchmal ganz praktisch, um den Überblick zu wahren. Es gibt auch hier ein Quantisieren-Fenster da oben. Das hängt ein bisschen zum Beispiel hier mit zusammen. Muss nicht, aber kann. Und ich kann das Quantisieren natürlich auch für MIDI oder für Audiodaten gleichermaßen verwenden. Es gibt hier oben auch eine Makro-Page, eine Makro-Leiste. Ich persönlich nutze das nicht viel, aber wenn man gerade so im Sound-Design-Sektor oder irgendwie bestimmt, wenn man sich dabei ertappt, dass man bestimmte bestimmte Kombinationen an Tasks, die drei, vier, fünf, sechs, sieben Klicks benötigen, irgendwie immer und immer wieder macht und immer mache ich dasselbe, dann macht es vielleicht Sinn, sich hier einfach mal so eine, in der Makro-Verwaltung so ein Makro dafür zu schreiben. Im Grunde einfach nur Zeug, Zeug, was man sich irgendwie fünf Klicks kostet, kostet euch dann nur noch einen. Das ist ein Makro, so eine Art Abkürzung. Da sind auch einige schon eingelegt, die man, angelegt, die man, ja, die viele Leute häufig benutzen. Kann man personalisieren, muss man nicht. Ich persönlich nutze fast gar keine Makros. Ist Geschmackssache. Es gibt hier oben ein Button, der heißt IQ, so ähnlich wie unsere IQ-Series. IQ steht hier nicht für Intelligenzquotient, sondern für Input Quantization, also Eingangsquantisierung. Kann man einstellen, wenn man zum Beispiel, ja, wenn man nicht so ein gutes Timing am Keyword hat zum Beispiel und dann direkt schon beim Eingang während der Aufnahme das schon direkt ein bisschen quantisieren möchte. Ja, der Chat ist aktiv. Ich gehe mal ganz kurz drüber, was ihr hier so geschrieben habt. Gut, da sind Fragen zu Fruity Loops, die skippe ich, da geht es gerade nicht drum. Wie würdest du die Qualität der internen Plugins von Presonus beurteilen, fragt der Erik. Ich finde die nicht schlecht. Da gibt es schlechtere House-Plugins von DAWs, gibt es aber auch bessere, muss man dazu sagen. Es kommt ein bisschen aufs einzelne Plugin an. Ich persönlich benutze sie nicht allzu viel, aber da sind auf jeden Fall mal ein paar coole Sachen dabei, auch so Analog-Delays und, naja, gut, was EQs angeht und so, da ist sowieso relativ egal. Bei Kompressoren und Distortion-Sachen, also da ist ein cooler Distortion auch dabei, der nennt sich Red Light Dist, das finde ich ganz witzig, wie Red Light District, das ist so ein Joke. Ich zeige den ganz kurz. So sieht das Ding aus. Ja, kann schon einiges, aber gerade wenn es so um alles, was Obertöne und Compression und Limiting macht und so, ehrlich gesagt, ich bin da, egal in welcher DAW, nie zufrieden mit dem, was schon dabei ist und braucht immer Third-Party-Plugins. Da ist man einfach flexibler, da gibt es mehr Qualität. Kompression ist einfach zu wichtig. Vielleicht geht es darum. Was gibt es da noch so? Ja, hier scheint ein bisschen Uneinigkeit zu bestehen, was die Artist-Version und den Third-Party-Plugin-Support angeht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, aber guckt einfach in dieses Comparison-Chart, wie ich es euch geraten habe, da sollte das dann klar sein. Ich dachte, dass nur in der Free-Version Third-Party nicht geht. Könnte mich aber auch irren, weil ich benutze immer die Professional. Ich hatte nie die kleine Version offen, also keine persönlichen Erfahrungen damit. Transer schreibt ganz korrekt, die Automation, also das ist normalerweise alles immer so eine Unterspur hier, also Lautstärke und Pen-Automation ist direkt schon ausklappbar an jeder Audiospur dran. Zusätzliche kann man dann später verwenden. Das zeige ich euch in der zweiten Hälfte des Workshops, wie man da Plugins automatisiert und sowas. Simon benutzt die Makros für verschiedene Views. Okay, ja. Alles klar. Dann weiter im Text. Ich mache das ganz kurz rückgängig, damit wir es so ein bisschen entspannter sehen. Okay. Ich glaube, da oben so, hier rechts gibt es noch so ein paar Funktionen, die ich vielleicht ganz kurz noch fertig erklären kann. Es gibt ein Raster. Was ein Raster macht, macht es, glaube ich, klar. Also das ist, ja, man kann es nur auf das Raster, also nur auf die Viertel zum Beispiel oder auf die Sechzehntel legen oder in dem Fall Achtel oder eben auch dazwischen. Und Ripple Edit, das kann ich ganz kurz zeigen, was das ist. Wenn ich hier was rauslösche, dann geht, wenn Ripple Edit aktiv ist, das, was dahinter liegt, wird dann herangeschoben. Vorsicht, saugefährlich, wenn es um Musik geht, weil ihr könnt euch jetzt vorstellen, die Bassdrum liegt jetzt nicht mehr da, wo sie hingehört, im Vergleich zur anderen Spur, aber super, super praktisch, wenn es um Sprachschnitt geht oder sowas. Oder so, ja, Sprachschnitt ist eigentlich so der Klassiker, wenn ihr ein Hörbuch mal macht oder sowas, dann ist das super praktisch, weil dann müsst ihr nicht immer selbst manuell ran schieben. Ich habe es immer aus, weil ich meistens mit Musik zu tun habe. Automatischer Bildlauf ist, glaube ich, klar. Das Bild läuft einfach mit. Oder eben nicht. Was gibt es hier oben? Cursor erfolgt, Bearbeitungsposition. Ja gut, das sind also auch so, eher so Anzeigethemen. Es gibt hier oben noch eine Sonderfunktion, das Scratchpad. Ich klicke mal ganz kurz drauf, da merkt ihr jetzt, da geht jetzt so ein vertikales Ding auf. Was ist das denn? Das ist im Grunde so eine Art Unter- oder Nebensession. Das ist so ein bisschen so ein Kreativwerkzeug. Ich kann jetzt hier zum Beispiel einfach was rüber kopieren und kann im Scratchpad, das kann ich verwenden, um jetzt irgendwie was rumzubasteln, was auszuprobieren, ohne dass ich mir meine Hauptsession zerschieße. Und dann kann ich das Scratchpad einfach wieder schließen und die Hauptsession ist, wie sie war. Oder ich sage dann natürlich, oh ja, das ist voll cool, was ich da gemacht habe. Das ziehe ich mir gleich rüber. Ich glaube, man kann unbegrenzt viele Scratchpads anlegen. Mir ist es zumindest noch nie passiert, dass ich an die Obergrenze gestoßen bin. Und dann gibt es hier noch einen Videoplayer. Klar, wenn man zu Video arbeiten möchte. Hier rechts oben gibt es einen kleinen Transfer, so einen Downloadmanager. Den brauche ich jetzt gerade nicht. Der zeigt mir einfach nur an, was ich da, vor vier Tagen habe ich offensichtlich Updates gemacht. Ich kann hier, das ist eigentlich ganz cool, ohne die Session richtig verlassen zu müssen, klicke ich hier auf Start und ich bin direkt auf meiner Startpage und kann hier zum Beispiel eine zweite Session anlegen. Das mache ich einfach mal und mit diesem, und hier mit diesem Pfeil kann ich dann tatsächlich zwischen den verschiedenen Sessions, die noch im Hintergrund offen sind, kann ich dann wechseln. Finde ich ganz cool gelöst. Es ist nämlich sehr bequem. Manchmal muss man ja wirklich nur eine ganz bestimmte Sache irgendwie aus einer anderen Session rüberkopieren oder so. Dasselbe geht auch mit Projekten. Ich kann parallel im Hintergrund ein Projekt hier offen haben, kann parallel hier hinten eine Show offen haben. Das ist ziemlich cool. Das sind die Vorteile, die man hat, weil Studio One halt mehrere dieser Oberflächen zur Verfügung stellt, die man parallel und gemeinsam verwenden kann. Ja, was ich normalerweise als nächstes machen würde, wenn ich so eine Session angelegt habe, ja, die Tools habe ich jetzt zwischendurch mal erklärt, aber ich habe jetzt importiert, ihr erinnert euch, ich habe dann sichergestellt, okay, habe ich die externen Dateien wirklich rüberkopiert, oh, ich bin jetzt in einer anderen Session, aber was soll's, machen wir einfach gerade nochmal. Stell also sicher, dass alle meine Daten auch da sind, wo sie hingehören in dem Projektordner. Ich kann auch einfach nochmal hier reingehen, um zu gucken, es gibt keine externen Dateien, alles entspannt. Ich bin sicher, alles liegt dort, wo es hingehört. Und dann wäre mein nächster Step, wenn ich nicht das Tempo weiß, dann prüfe ich gleich mal hier so, das könnte ja, also normalerweise, es gehen die meisten DAWs mit 120 auf und jetzt würde ich einfach mal mittappen. Das Tappen ist versteckt, aber super intuitiv umgesetzt. Ich drücke mal gerade Play, hören wir kurz in den Song rein. Und hier unten gibt's ein Tempo, ich kann's hier einstellen, aber tatsächlich, wenn ich auf das Tempo-Wort draufklicke, dann ist das mein Tempo-Tab. Der ändert also, nach vier Mal klicken gibt er mir direkt das neue Tempo hier ein. Also höre ich mal ganz kurz in den Song rein, versuche das Tempo mitzutappen und dann hat er schon das richtige Tempo, hoffentlich. Ja, sowas in dem Dreh irgendwie, gucken wir mal gerade. Mit C kann ich den Klick einschalten, das Metronom ist sonst hier unten. Metronom ein, aus, Metronom Einstellungen, laut, leise, Zählzeiten und so weiter. Ich kann auch andere Sounds wählen oder sowas in die Richtung. Mit C wie Klick kann ich das ein- und ausschalten und dann gibt's hier unten noch einen Vorzähler bei Recordings oder so, dass es vier, also irgendwie ein oder zwei Takte irgendwie klickt, bevor es dann losgeht. Genau. Checken wir ganz kurz, als ob ich richtig getappt habe. Ja, klingt gut. Da hinten scheint's auch zu stimmen und da vorne. Gut im Rahmen der Klavier-Performance. Alles klar. Ja, das wäre also so der erste Schritt. Ich finde es nämlich relativ wichtig, das auch vor allem dann deswegen zu machen, bevor man irgendwie Edits macht. Es ist nämlich ein bisschen gefährlich in allen DAWs eigentlich, wenn ich jetzt nämlich das Tempo erst im Nachhinein ändern würde, dann verschieben sich die Spuren zueinander. Das kann man grundsätzlich auch verhindern, indem man nämlich, ich greife auch hier wieder ein kleines Stück voraus, indem man diese Spur nicht, na, wo war's denn hier nochmal, indem diese Spur eben nicht, praktisch nicht Zeit, also nicht Takt, Strich basiert, sondern Zeit basiert angelegt wird, aber, ja, damit ihr da nicht in Teufels Küche kommt, macht am besten, bevor ihr anfangt zu editieren oder so, das stellt einfach sicher, dass das Tempo stimmt und dann habt ihr ein viel entspannteres Leben, das verspreche ich euch, weil viel zu oft bemerkt man das auch gar nicht, dass sich da was verschiebt und dann merkst du es erst eine Stunde später, oh Gott, oh Gott, und dann musst du wieder die alte Datei raussuchen, reimportieren oder ersetzen oder sowas. Man kriegt's dann schon immer hin, aber lieber gleich machen. Ja, der große Vorteil dabei, wenn man halt hier das richtige Tempo hat, ist natürlich, dass das Raster stimmt, dann kann ich also hier, wenn das Raster aktiv ist, kann ich das also direkt dann in einen Loop setzen, der wirklich auch in dem Taktraster ist, ich kann Schnitte setzen, die wirklich im Taktraster sind, aber zum Beispiel auch Echos oder so sind direkt im Taktraster und musikalisch sinnvoll. Das geht natürlich nur, wenn der Song auch auf Klick eingespielt ist, wenn es ein freies Tempo ist, wie in der Klassik oder so, dann bringt einem das Raster nicht allzu viel, man kann aber auch dann sich die Mühe machen und eine Tempospur anlegen und kann das Tempo natürlich über den Songverlauf hinweg variieren. Zum Beispiel hier mit dem Stift. So würde man das wahrscheinlich nicht machen, geht aber auch. Und dann kann ich hier solche graduellen oder eben stufigen Tempo Changes machen. Naja, ihr habt's verstanden, glaube ich. Und dann zieht natürlich dann auch das Metronom und auch das Raster mit. Ich glaube, wir waren bei einem anderen Tempo, ne? 7, 6 oder so. Genau. Die erste Stunde ist eigentlich auch schon voll. Ich will noch ganz kurz eine Minute, weil ich sie jetzt gerade angerissen habe, noch kurz diese globalen Dinger hier einblenden. Man kann Marker setzen, das ist eigentlich in allen DAWs ziemlich gleich. Man kann auch die hier, wie jede dieser Spuren eben, eine Note bedeutet, die hängen sich ans Taktraster. Eine Zeit, also eine Uhr bedeutet, die hängen sich ans Zeitraster, also an diese Sekunde oder an diesen Taktschlag. Das ist der Unterschied. Und wenn ich Tempo ändere, bleibt die Sekunde natürlich die Sekunde. Ich sehe jetzt hier, das untere zeigt mir in Sekunden, das obere in Taktrastern. Die verschieben sich natürlich zueinander, wenn sich das Tempo vom Song verändert. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann sehe ich, okay, jetzt ist es andersrum. Dann bleibt dieser Marker also an der richtigen Taktposition. Mal kann das eine, mal das andere Sinn ergeben. Deswegen kann man es umschalten mit einem einfachen Klick auf dieses Symbol. Und ja, diese Marker kann man benennen, um sich zum Beispiel so ein bisschen Notizen zu machen während einem Recording. An dieser Stelle kommt der Drop oder was auch immer. Man hat aber auch Arranger-Spuren. Später zeige ich euch noch, wenn die Zeit reicht in der zweiten Hälfte, damit ein bisschen advancedere Features. Aber auch hier kann man sich so Bereiche hier anlegen, wo man dann, das finde ich ganz cool, dass der das auch gleich so benennt, dass man es oft auch einfach lassen kann. Also Intro, Verse, Chorus, das ergibt irgendwie Sinn. Ich kann es natürlich auch umbenennen, also kann ich dann da drauf gehen und das Ding Gagweg nennen, wenn ich das möchte. Dann gibt es noch eine Akkord-Spur mit einer Folgen-Funktion. Das ist ein Kreativ-Feature, was ich persönlich nicht allzu oft brauche, einfach weil ich auch eher als Engineer, also eher Recording, Mixing, Mastering mache und so, da ist das ziemlich unnütz. Aber wenn ihr da drinne Pre-Productions macht und Writing-Sessions, das ist super cool. Ihr könnt hier oben also zum Beispiel jetzt hier einen C-Akkord wählen, aber ihr könnt einen beliebigen Akkord wählen. Ihr könnt das dann auch so aufteilen und könnt sagen, ab hier ist es kein C, sondern keine Ahnung, kein B, sondern D oder wie auch immer. Was da ganz cool gemacht ist, auch so als Ideensammlung, gerade wenn man nicht so bewandert ist mit Musiktheorie, das ist direkt schon ein Quintenzirkel. Also man kann hier direkt so ein bisschen sehen, was zusammenpasst, liegt nah beieinander, so doof gesagt. Und das kann also helfen, entweder ich kann es einfach nur hier oben hinlegen und dann wird mir das einfach nur angezeigt, zum Beispiel zum Jamen nebenher, dass ich dann direkt weiß, ah okay, welcher Tonartwechsel kommt jetzt, da muss ich nicht, oder welcher Akkordwechsel oder so, da muss ich nicht ständig kommunizieren. Man kann aber auch, das zeige ich euch später, wie das geht, über die Folgenfunktion kann man tatsächlich auch MIDI-Daten und sogar auch Audio-Daten kann man diesen Akkorden folgen lassen. Ob das gut klingt, ist dann immer eine Frage der Anwendung, aber da geht einiges. Das heißt, ich kann tatsächlich da oben auch einfach nur diesen Akkord ändern und wenn ich das möchte, folgen dem Akkord auch tatsächlich die Spuren in meinem Arrangement. Ein super geiles Werkzeug, wenn man sehr, sehr schnell komponieren möchte. Ja gut, dass man hier auch einen Taktartwechsel oder einen Tonartwechsel einfügen kann, das ist denke ich klar. Also vielleicht möchte ich mal einen Sechsvierteltakt einschieben oder so, ach das ist ja, also keine Ahnung, Sechsviertel oder wie auch immer und dann habe ich an der Stelle einen Taktartwechsel und hier geht es dann wieder zurück von mir aus in Vierviertel. Kann ich also machen, problemlos, wenn das Raster passt. Ja und dann zu guter Letzt gibt es dieses Tempolineal und hier oben noch, ja das hatte ich schon gezeigt, und hier oben nochmal ein Lineal, das ist praktisch nur eine zweite Timeline. Da kann man sich zwei Sachen gleichzeitig anzeigen, entschuldigt, anzeigen lassen. Das finde ich auch ganz praktisch, weil manchmal habe ich gerne gerade so beim Producen oder so ganz gerne sowohl die Takte im Visier, in welchem Takt bin ich gerade, in welchem Takt schlag, aber eben auch so ein bisschen so ein Gefühl dafür, bin ich gerade, ist der Song gerade bei drei Minuten oder bei 30? Das wäre manchmal auch ganz nice to know. Genau. Jo, das sind also die globalen Linien, die man hier ein- und ausblenden kann. Zu guter Letzt, nur weil es hier direkt nebenan liegt, mit dem Plus, wird eine Spur erzeugt und ist im Grunde standardmäßig wie in fast allen DAWs. ich zeige euch so ein bisschen genauer, wie man jetzt zum Beispiel im Mischpult komplexere Rootings anlegt und eben vielleicht auch nachher so, wenn die Zeit reicht, so wie diese Kreativ-Tools verwendet werden, von denen Studio One ziemlich viele an Bord hat. Es ist gar nicht so einfach, in einem Drei-Stunden-Workshop irgendwie unterzubringen, was Studio One alles kann, finde ich. Ist auch nicht notwendig, aber so ein bisschen will ich einen Überblick doch bieten und damit geht es auf jeden Fall nach der Pause weiter. Wir werden uns also in dieser Reihenfolge erstmal darum kümmern, Mixing-Workflows, Farben, Ordnerstrukturen, Routing, Sidechain, Ducking-Geschichten, solche Sachen, die man da so machen kann und danach, wie exportiere ich vielleicht meinen Mixdown und wie kann ich das direkt irgendwie in Conjunction verwenden mit der Mastering-Oberfläche. Danach möchte ich mich mit euch darum kümmern, so wie funktioniert die Mastering-Oberfläche, wie kann ich einen DDP-Export für eine CD-Produktion machen oder sowas und vielleicht reden wir dann noch ein bisschen darüber, wie man so eine Show anlegt, eben diese Live-Funktion von Studio One, das wäre sicherlich auch ganz cool. Ja, die erste Stunde ist rum, wir gehen hiermit in die Pause, ich bedanke mich schon mal fürs Einschalten, wir sehen uns dann um 16.30 Uhr auf dem Online-Campus, holt euch bis dahin einen Tee, holt euch einen Kaffee oder ein Wasser oder so und wir sehen uns dann in einer knappen halben Stunde auf dem Hofer Online-Campus. Bis später oder bis zum nächsten Mal. Bye, bye.